Dann bitte ich... Okay, aber du bist... Okay, passt. Ja, genau. Sehr gut. Okay. Darf ich dir gleich das Mikrofon übergeben? Ja. Ich stimme vorneher, ja. Gut, möglicherweise ist es eine Lösung für die Probleme, die der Herr Barth hat. Aber ich möchte jetzt keinen Frust auslösen. Wir sind im 38. Jahr. Nämlich 1978 wurde im Parlament der ICCPR unter Vorbehalt unterzeichnet, das ist der Internationale Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte. Das ist ein langer Name. Es geht eigentlich um grundlegende Menschenrechte. Und die sind bis heute in Österreich nicht durchexekutierbar, weil man einfach zwar das unterschrieben hat und brav tut, aber man hat keine Ausführungsgesetze gemacht und damit kriegt man es nicht durch die Exekutive. Und darauf wäre zum Beispiel drinnen das Recht auf faire Verfahrensdauern oder so irgendwie halt. Herzlichen Dank. Einen Applaus. Und dann, unser dritter Lightning Talk ist, liebe Thomas. Bist du bereit? Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass jemand von euch vielleicht sich noch für einen allerletzten vierten Lightning Talk Platz interessiert. Danach. Danke. No?